Hallo und herzlich Willkommen meine lieben Freunde. Willkommen, Willkommen, Willkommen. Wir spielen etwas Neues auf unserem Kanal. Es ist sehr alt. Es ist ein sehr altes Spiel. Und man hört den Partypnix die ganze Zeit klicken. Lass mich da durch! Was passiert denn hier? Nur zu Anfang einmal ein kleines... Oh shit, was... Ah, warte mal. Ein kleines Infürchen. Kann man das so nennen? Infürchen? Nein. Oh, warte mal. Ich weiß, was wir machen müssen. Oh, warte mal. Du musst Geschwindigkeit aufnehmen, wa? Verdammt. Warum denn da hin? Was willst du denn da mit dem Portal? Ach so. Jetzt brauche ich den Ball. Oh, ich habe ihn. Ah toll. Ah toll. Du musst gleich deine Portale setzen. Setz schon mal eins. Okay, und... Letzt! Juhu! Wir haben es geschafft! Ähm, was ich eigentlich sagen wollte... Ähm... Solche Geschichten wie Portal 2 und demnächst da Rocket League werden auch ohne Facecam stattfinden. Da ist so einfach, ähm, ja, die Atmosphäre von dem Spiel erstens nicht blockiert, also die Sicht nicht blockiert und zweitens die Atmosphäre genauso bleibt, wie sie soll. Mhm. Und, ähm, wir haben so ein komisches Spiel. Das ist... Das ist... Ah, wir müssen das... Ah, ich verstehe. Ja. Ähm, du musst mal kurz runter. Genau. Wieder drauf. Wieder drauf. Oh nein! Das sind Lächer! Aha! Ah! Okay. Das heißt... Ich muss dann bald... So schnell wie möglich da runter, wenn's anfängt zu rollen. Jetzt... Oh, das war... Ah, schade. Achso, ich muss runter. Und muss dann wieder drauf. Jawoll! Jetzt muss ich wieder drauf. Ja. Ich muss auch drauf bleiben. Jetzt muss ich gleich runter gehen. Ja, Geilorn, Alter. Das macht richtig Spaß. So was ist geil. Du musst runter. Ja, ich muss ich runter. Du musst runter. Du bist wieder drauf. Ja. Jetzt muss ich wieder... Jetzt muss ich wieder... Jetzt muss ich wieder schnell runter. Du musst drauf bleiben. Jetzt muss ich... Na! Aua! Austarieren. Austarieren. Jetzt runter. Jawoll. Aufs Weiße muss es, glaube ich, drauf, ne? Na! Ja! Ja! Oder ins Weiße rein, besser gesagt. Ah! Nein! Warte, lass es zurückrollen. Ja! Jetzt musst du drauf. Ja, runter, mein ich. Ich bin drauf. Runter, runter. Geh runter! Geh runter! Nein! 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 Was machst du denn da? Okay, nochmal. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Okay, nochmal. Nochmal. Wie geil, Alter. Du musst runter. Ach ja. Scheiße. Wow! Alter, war das knapp. Ups. Nein, nein, nein! Was machst du denn da? Jetzt. Nein, ich... Hallo? Hä? Okay? Okay, dann bleib mal hier drauf. Achso, ich muss... Nee, weiter. Ja, bleib mal stehen. Ich durfte nicht drauf. Ich hab's voll verrafft. Du musst runter. Ja. Weiß ich. Ja. Sorry. Und jetzt musst du gleich drauf. Nein, du musst drauf. Ach, ich muss drauf. Genau. Jetzt muss ich hier... Nein, du musst drauf! Ich bin da drauf. Hä? Geh mal runter. Du stehst drauf. Ach! 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 Alter, ey! Nee, du... Das muss noch ein bisschen weiter zurückrollen. Glaube ich. Toll. Ups! 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 Boah, Alter! So. Ich bleib erstmal drauf. Ja, du bleib... Nein, nein, nein! Du bleibst drauf! Nein! Oh, wieder zurück! Runter! Sag mir! Nee, alles gut! Jawoll! Jawoll! Wo ist das Ding jetzt? Bei mir! Ah! Okay, jetzt musst du mir das durchgeben. Ja. Und jetzt? Du musst auf dir... Du musst mich durchlassen. Nein! Nicht da! Drinne! Bei dir! Bei dir! Bei dir! Das hier ist offen. Ist jetzt dauerhaft offen. Was ist das? Äh... Ah, wir müssten beide gehen. Ah! Okay. Okay. Was bewirkt das? Erstmal gucken. Da kommt ein Ball raus. Ball. So, den Ball haben wir schon mal. Okay, hier kriegen wir Dings. Das heißt, wir müssen wieder so eine Speed-Geschichte machen. Okay. Ich verstehe. Ich mach schon mal dahin. Und dahin. Damit wir hier hochlaufen können. Genau. Geh ich schon mal in die Nähe... Genau. Geh ich schon mal in die Nähe von dem Ding. Noch nicht drauf springen. Jetzt! Hä? Ich werd... Nochmal. Hä? Warum? Warte. Drei, zwei, eins... Und springen. Ja, bin drinne. Jetzt rutsch ich. Jetzt musst du wieder für mich Punkte setzen. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Ah, haaa. Warte mal. Toll. Hä? 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 Mach doch. Hä? Hä? Willst du mich verarschen? Also nicht du, das Spiel. Yay! Aber ich muss doch bei dir einen Portal hinsetzen, richtig? Ja, vor mir. Vor mir. Genau. WTF? Du hast mich umgebracht. Aber es ist hier was aktiv... Es ist was aktiv. Ja, ich weiß. Ich bin noch nicht gestorben. Warte. Ah, 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 ah. Toll. Geile Scheiße, Mann. Müssen wir das gleiche, glaube ich, nochmal auf der anderen Seite machen. Du hast doch keinen Cube. Ja, aber da brauche ich, glaube ich, keinen Cube. Ich muss nur da hochkommen. Alter. Jetzt. Ich werde mal auf die falsche Seite schicken. Alter, danke. Hä? Du hast mich auf die falsche Seite geschickt. Ach ja, stimmt. Gleich schaffe ich's. Nein. Okay, nochmal. Ahhhh. Okay, nochmal. Aber warte! Ich kann's auch selber machen. glaube ich. Nein. Mach mal hier. Oah. Ei. Jawohl. Schick mich. Oh toll. Ich bin zu langsam. Noch nicht machen. Ich bleib. Was? Warum bleib ich halt hängen? Du bleibst irgendwo hängen. Warte mal. Ich glaube das Portal. Jetzt. Jetzt. Und? Du musst auch hier hoch. Aber wie zum Teufel soll das denn funktionieren? Hallo. Wo bist du? Au. Hä? Ah ja. Nein. Okay. Ich bin nicht nach oben gekommen. Pff. Äh? Pff. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung. Warte mal. Es muss doch so gehen. Ich muss auf der Seite reinspringen, ich muss auf der anderen Seite hochfliegen, oder? Ich weiß. Oh mein Gott. Was denn? Sprich mal in mein rotes Portal rein. Komm ich nicht dran. Mach mal hier unten eins hin. Ja. Hallo. Toll. Geh durch. Hallo. Geh doch mal. Achso. Ich muss weiter gehen. What the fuck? Ja toll. Und jetzt? Äh. Da ist noch ein Knopf. Da ist noch... Alter. Lol. Lol. Muss ich jetzt die Bahn bauen, oder? Ja, ich auch. Okay, ich baue die Bahn. Nein, das ist falsch. Ja, so ist richtig. So. Warte. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Drück mal nix, Alter. Na, ich habe hier oben nur weiter gebaut, ein bisschen. Warte. So. Alter, das ist mega nice. Zack. Äh. Ich glaube, hier muss ich was... Hier muss ich was drehen. Ja, aber es führt bei mir ins Nichts. Ja, ja, warte, hier. Warte, hier. So. Und das geht dann da hinten weiter. Siehst du es? Zack, 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 zack. Nee, dann sind wir hier. Da musst du drehen, genau. Und dann zack, 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 zack. Nee, das ist der Anfang. Zaaah, da, da, da. Ah, okay, gut. Dann geht es da runter. Rechts rum, hoch, links rum. Da und dann in die Wand. What the fuck? Zack, zack, zack. Das geht hier nicht in die Wand. Ach, wir müssen das währenddessen, die Kugel rollt, ändern. Wohin müssen wir denn? Da hinten in die Ecke, glaube ich, oder? Ja, da hinten in die Ecke müssen wir. Alter, what the fuck? Den hier oben musst du ändern. Ja. Den kannst du schon mal ändern. Ja, das mache ich jetzt auch. Zack. Der ist ja richtig. So. Genau, und den hier muss ich auch noch ändern hier. Aber warte mal. Wenn du es so machst... Nee, das bringt auch nichts. Da muss ich hier hinten... Hier hinten. Dreh das mal gerade. Das hier? Ja. Fertig. Mach mal. Wer holt den Ball? Wer kann denn den Ball machen? Ich. Mach mal. Happen. Ah, der kommt von da. Okay. Boah, der ist voll schnell. Voll simpel, Alter. Ja. Das war's. Der Licht... Toll, er wurde zerstört. Du musst an den Anfang gehen. Da, wo der Laser ist. Der Emanzipationslaser. Der wurde da zerstört. Warte mal, wo kommt das Ding denn raus? Ja, links. Ach, hier. Ja. Ja, 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 ja. Pass auf, du stehst mitten im Emanzipationslaser, ne? Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Wuhu. So. Wuhu. 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 Ist das nicht geil, Leute? Das macht auch Spaß. Wenn alles funktioniert. Wir haben die Map geschafft. Sehr cool. Aber witziger wäre es echt gewesen, wir hätten zwischendurch die Bahn wieder, äh, umbauen müssen. Ja. Das wäre noch krasser geworden, glaube ich. Ach, die fand ich eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Hatte witzige Elemente da drin. Ja. Hast du eigentlich, äh, mitverfolgt, wie lange die Folge jetzt mittlerweile geht? Zehn Minuten. Okay. Weil, ähm, Slops, ähm, das neue Streamlabs OBS, was ich nutze, hat leider keine Anzeige unten, wie lange die Aufnahme geht. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Aufnahme geht. Weiß ich nicht. Ich habe es vermutet. Hm. Warte, ich tapp mal kurz raus. Hm. Ich weiß es nicht. Aber ich habe, ich, man könnte ja auch rein theoretisch sagen, wir haben jetzt eine Testkammer geschafft. Weißt du? Ich würde sagen, wir machen zwei Testkammern pro Video. Können wir auch machen, je nach, je nachdem, wie lange so eine Testkammer dauert, ne? Ja, stimmt auch wieder. Manche dauern extrem lange. Hm. Ich kann in den Einstellungen leider nichts finden, was das angeht. Nein, ja. Joa. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Testkammer, meine Freunde. Bis dahin. Alle Anfangen ist schwer. Ciao. Tschö.